Was machen Igel, Frosch und Fuchs eigentlich im Winter, wenn's kalt wird und Schnee liegt? Sie haben schließlich keine warme Winterkleidung, die sie sich einfach überziehen können. Welche Strategien sie haben, wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Wir unterscheiden vier verschiedene Überwinterungsarten. Was das genau bedeutet und welches Tier welche Strategie anwendet, schauen wir uns im nachfolgenden Mal etwas genauer an. Der Frosch ist ein Tier, der in eine Winterstarre verfällt. Das bedeutet, er wird ganz starr und kann sich nicht mehr bewegen, so als wäre er eingefroren. Seine Körpertemperatur passt sich dabei der Umgebungstemperatur an. Sie kann also sogar bis zu 0 Grad runterfallen. Dadurch, dass er also so eingefroren ist und sich nicht bewegen kann, braucht er also auch nichts zu essen. Damit sie trotzdem nicht verhungern, fressen sie sich im Herbst bereits eine kleine Fettschicht an. Der Frosch überwintert an einem sicheren Ort, das kann zum Beispiel unter Wasser in einem See sein, aber auch an Land, wo er geschützt ist. Wenn es dann im Frühjahr wieder wärmer wird und die Sonne anfängt zu scheinen, wacht der Frosch wieder auf, denn seine Körpertemperatur ist ja an die Umgebung angepasst. Wird es wärmer, wird auch seine Körpertemperatur wieder wärmer. Schauen wir uns nun den Winterschlaf genauer an. Der Igel war im Herbst schon richtig fleißig und hat sich eine dicke Fettschicht angefressen, damit er den Winter gut überstehen kann. Er überwintert in einem geschützten Blätterhaufen oder einem kleinen Versteck. Hier schläft er bis zum Frühling. Seine Körpertemperatur sinkt und sein Herzschlag wird viel, viel langsamer. Und da er vorher ausreichend gefuttert hat, muss er nicht aufwachen, um etwas zu fressen zu suchen. Wenn der Igel also richtig ausgeschlafen hat und der Frühling kommt, dann wacht er langsam wieder auf. Die Winterruhe Auch das Eichhörnchen war im Herbst schon sehr fleißig und hat sich einen großen Nussvorrat angelegt. Einige Nüsse hat es vergraben, aber einige hat es auch ganz in der Nähe seines Nests aufbewahrt. So kann es jederzeit im Winter aufwachen, eine Nuss aus dem Vorrat holen und weiterschlafen. Die Temperatur des Eichhörnchens bleibt die ganze Zeit über gleich, denn es schläft ja nicht wirklich tief und fest. Auch der Herzschlag des Eichhörnchens bleibt ganz normal. Das Eichhörnchen ruht sich im Winter also nur aus. Es verbringt dabei viel Zeit in seinem Nest, das auch Kobel genannt wird. Dort bleibt es und ruht sich aus, manchmal wacht es auf und schnappt sich eine Nuss. Danach kann es weiter ruhen bis zum Frühling. Schauen wir nun, was die Winterflucht bedeutet. Einige Vögel wie der Storch oder der Kuckuck finden im Winter in Deutschland keine Nahrung. Daher fliegen sie Richtung Süden der Sonne hinterher, wo sie genügend Nahrung finden. Wenn bei uns die Temperaturen wieder steigen und es wärmer wird, fliegen sie von Afrika zurück. Die Vögel, die in den Süden fliegen, nennt man auch Zugvögel. Aber nicht alle Vögel fliegen im Winter davon. Einige bleiben auch hier. Sie nennt man Standvögel. Du hast sie bestimmt schon mal in deinem Garten gesehen, auch als der Schnee dort lag. Und was macht jetzt der Fuchs eigentlich im Winter? Er ist im Winter winteraktiv. Das bedeutet, er lebt ganz normal weiter. Er findet zwar weniger Nahrung, aber immer noch ausreichend, sodass er nicht in den Winterschlaf oder in die Winterruhe verfallen muss. Trotzdem frisst er sich ein kleines Fettpolster an, falls er doch mal weniger finden sollte. Er frisst zum Beispiel Hasen, Mäuse und Pilze. Seine Fettschicht schützt ihn außerdem vor der Kälte im Winter. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du kannst ja mal schauen, welche Tiere du so im Winter entdecken kannst. Viel Spaß bei der Suche!